Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 26.07.2021. Leider sollte mein Mikrofon nicht, ja, sagen wir mal zum Arsch. Ich muss jetzt hier mit dem Ersatzmikrofon arbeiten. In der Regel hat das beim Hochladen auf YouTube dann eine kleine Macke, sodass das so ein bisschen abgehackt oder rauschend ist. Ich kann es leider nicht erinnern, ich habe jetzt hier, stand jetzt keine andere Möglichkeit, das irgendwie anders zu machen. Ich hoffe, es geht. Es klappt mal so, mal so, mal so, wenn nicht dann Entschuldigung für die Tonqualität. Ist einfach jetzt alternativlos, morgen dann wieder mit einem anderen Video. Wir schauen jetzt hier erstmal rein. Unsere DAX-Analyse sieht natürlich hier aus wie als keimt die Saat, alles wieder gut, Friede, Freude, Eierkuchen. In der Situation, wie wir sie eigentlich jeden Freitag haben, jedes Wochenende erzähle ich immer wieder das Gleiche. In der Regel, na gut, muss man schon sagen, letzte Woche war es nicht so. Letzte Woche hatten wir hier geschlossen, sind Freitag deutlich tiefer rausgegangen. Das war ein bisschen was anderes gewesen. Kam dann auch Montag richtig Druck rein, sodass der DAX eigentlich unten alle Türen aufgemacht hatte, die er nutzen konnte oder nutzen hätte können. Und nichts geworden, ja. Also jedes einzelne Rücklauflevel Stück für Stück rausgerissen, immer weiter hoch. Und jetzt steht er eigentlich schon fast wieder so hoch, dass man wieder in die alte Mentalität der letzten Wochen raus oder reingehen muss. Technisch gesehen ist der Impuls nach unten abgefangen, das muss man ganz klar sagen. Er ist unten nicht rausgekommen, es ist ein Fehlausbruch geworden. Nachdem es ja oben Fehlausbruch gab, das war ja im Grunde genommen Fehlausbruch, DAX nicht über die 15.800 gekommen. Er hat es jetzt auf der Unterseite probiert, hat auch nicht geklappt. Unterseitig muss man allerdings sagen, ist er mal deutlich weiter rausgekommen, wie bisher oben. Wenn wir uns die letzten Hochs angucken, war das oben immer recht eng, was da an neuen Hochs gekommen ist. Unten waren das jetzt schon ein paar Punkte. Also das ist einfach mal gut 300 Punkte unter den Doppelboden drunter, das ist ein ganzes Stück. Und ja, der Impuls ist jetzt hier erstmal erwürgt, das kann man soweit schon sagen. Das heißt, da brennt jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so viel an, aber wir haben diese typische Situation, Freitag, die Woche wieder grün, alles wieder positiv, alles wieder gut und dann geht es Montag wieder das gleiche Spiel von vorne los. Läuft wieder zurück, Montag, Dienstag, Mittwoch, Kämpft, Schornastag, Freitag wieder hoch. Das sehen wir seit Wochen und man muss sagen, der Freitag hier, der hat einfach nicht nach unten geliefert halt. Er ist von Beginn an nach oben durch, nur grüne Kerzen hier reingestellt bis zur 6.70. Na ja, und da ist nicht mehr viel passiert. Da ist ich dann gedacht, okay, Ziel erreicht, alle wieder auf 0 genordert, jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. Und zwar das Spiel, was man hier die Tag, hier die Tag, wir haben so viele Tagesschlusskurse, die hier schon liegen. Eigentlich könnte ich jetzt eine alte Analyse wieder kopieren, einfach reinziehen, Unterstützung, das ist alles das Gleiche. Wir haben auf 5.80, 5.75 noch ein kleines Bonuslevel vor der alten 5.50, die ja sonst immer gut gewirkt hat. Das könnte zum Montag ein gutes Ziel auch sein natürlich, wenn er anfängt, einen Rücklauf zu machen. Erfahrungsgemäß kam er immer per Aufwärtsgap rein, montags dann, hat sich von dort runterfallen lassen. Da wäre jetzt so eine 5.70, 5.80, das wäre ein schönes Ziel erstmal. Also für das erste, 600 bis 5.70 könnte man sagen, um sich von dort erstmal schon wieder zu stabilisieren und versuchen Richtung 6.70 zu drücken. Alles was tiefer geht, alles was tiefer geht unter 5.70, unter 5.50 würde ich dann allerdings eher anzählen, Richtung, und einen größeren Sprung auch machen, Richtung 3.50 sogar. Das heißt, wenn er jetzt wieder anfängt umzukippen, weil wir ja nur auch nicht das erste Mal gesehen haben, dann würde ich schon sagen, hier oben kann er sich nochmal hochdrehen, neue Hochs machen und so weiter. Aber geht er tiefer, geht er unter 5.70, geht er unter 5.50, dann macht er hier das Gap zu, das Gap zum Donnerstag um die 5.30 und ja, ich würde ihn dann eher Richtung 3.50 wieder sehen, dass er einfach wieder an die alte, untere Rangekante zurücksegelt und sich dann versucht, hier an diesem alten Doppelboden eher zu stabilisieren, der hier um 300 rumliegt. Also 350 bis 300, das wäre so meine Zielzone in dem Moment, wo 5.50, 5.30 dann eben aufgegeben wird. Ja, alles was darüber ist, müssen wir jetzt positiv werten, also so wie am Freitag haben wir das ja auch schon gesagt, alles was über 600 geht, das ist eher bullig, alles was über 6.70 geht, das ist dann eher bullig, das ist einfach zu hoch für bärische Rückläufe, für harte Konter nach unten ist das zu hoch. Heißt nicht, dass es nicht kommen kann, wir wissen, dass insbesondere, also wenn man was in den letzten Wochen gelernt hat, dann definitiv guck dir die ersten paar Stunden an, wie die laufen, da erkennst du in der Regel immer, wohin läuft, ne, also da gab es noch ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, und von daher würde ich schon sagen, kriegt man ein Aufwärtsgap, verkaufen das wieder ab, Station 1, Gap los, hier bei 6.60, Station 2, dann hier der Bereich um die 5.70 rum, gute Stabilisierungschance, also auch gute Longchance, ja, wenn dort grüne Kerzen reinkommen, selbstverständlich, naja, nicht einfach gegenbuttern, und dann kann man dann probieren, nochmal ein Aufdrehen mitzuhandeln, oder er bricht halt nach unten durch, nimmt die 5.50, 5.30, passiert dieses nach unten weg und dann eher schon Richtung 3.50, 3.100 nochmal das Risiko. Alles, was hier oben rausgeht, ne, da vielleicht auch ein bisschen diese Vorsicht, man geht jetzt so davon aus, dass es hier am Montag wieder so schwach wird, das haben wir jetzt die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Tage fast gesehen, also die letzten 4 Tage jetzt gesehen, dass das eben nicht immer klappt, naja, also, der hat jetzt hier wirklich schon ein ganzes Stück durchgezogen, das muss man schon sagen, ne, er hat sich echt durchgefressen, das heißt, er hat natürlich auch zum Montag nicht eine Chance oben raus, ich glaube, fast, das ist zu offensichtlich, aber, ähm, wenn es kommt, dann kommt es halt, ne, also wenn der nach 10 Uhr, nach 9 Uhr, nach 10 Uhr, nach 11 Uhr weiter steigt und steigt und steigt und steigt und lasst es steigen, dann geht er an die 800 wieder ran, halt, ne, dann läuft er bis hier oben ran, ne, 7.85, 800 und darüber hat er Platz bis 9.40, ja, diesen Trigger, den können wir eigentlich, so wie er damals war, direkt wieder mitnehmen, den können wir direkt mitnehmen und wieder hier rüber ran setzen, ja, weil das gilt noch genauso, das gilt einfach noch genauso, ja, da hat er Platz nach oben und kann sich dann ausrufen, ja, und unterhalb würde ich jetzt hier fast sagen, würde ich, würde ich persönlich hier, so einen Short Trigger einfach ansetzen, dass ich sagen würde, also, wenn der da wieder fällt, dann, 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 ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als wieder mal zu gucken, hier rein kommt, keine Auflösung drinne, natürlich nicht schön, schade ein bisschen, aber, so ist es halt, ihr kennt es aus den letzten Wochen, da nützt auch nichts mit, ich habe recht gehabt und ich war verkehrt oder wie auch immer, da viele momentan unterwegs sind, wir haben ja da gestern drüber gesprochen, also, nicht gestern, im Video für den Freitag ausgiebig drüber gesprochen, über die Aggressivität, lasst es sein, das bringt euch nicht weiter, das bringt die anderen nicht weiter, ne, seid friedlich, diskutiert ein bisschen, warum, wieso, weshalb, seht ihr oben raus die Chancen, ne, aber man muss nicht anderen seine Meinung aufzwingen, also, das funktioniert an der Börse nicht, wie das mit einer politischen Meinung nicht funktioniert, wie das mit einer religiösen Meinung nicht funktioniert, momentan sind die Leute da wirklich sehr, sehr, sehr aggressiv und dulden nur ihre eigene Meinung, tolerieren keine andere Meinung mehr, das ist ein bisschen schade, weil eine Charttechnik hat immer zwei Seiten, also, es gibt immer beide Chancen und das Ding ist, dass man sich als Trader jeden Tag auch jede aussuchen kann, das ist für Religion nicht so einfach, kannst nicht einfach heute sagen, du nimmst die und morgen die, weiß nicht, also, geht vielleicht schon, aber auch in der Politik nicht gern gesehen sowas, beim Traden können wir das, wir können heute, hier und morgen, heute sagen, das ist vollkommen okay und es ist auch wichtig, dass wir uns anpassen, ja, aber wer sich da so fix auf seine Seite verbohrt, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist weder gut für die persönliche Stimmung, weil man ärgert sich nur und frustet, sind die anderen besser als man selber, dann hat man selber wieder, äh, liegt man selber wieder richtig, dann keifen einen die anderen an, also, weiß nicht, das führt doch nicht zum allgemeinen Wohlbefinden bei, aber gut, haben wir am Freitag schon ausgiebig drüber gesprochen, will ich nicht weiter vertiefen, ihr seid alle erwachsen, ich denke, ihr wisst, was euch gut tut und was nicht, aber vielleicht hilft doch dann der dezente Hinweis mal, dass der ein oder andere vielleicht da ein bisschen verbohrt unterwegs ist und vielleicht auch den Frust aus anderen, äh, ich sag mal, Stellen hier dann einfach im Trading vor und freilässt, dafür ist es nicht da, das ist auch ein Ziel und Zweck deswegen, gucken wir mal, gucken wir mal, was hier reinkommt, ähm, Ausgangslage, wie man es schon oft die letzten Wochen hatten, guter Freitag, guter Donnerstag, ähm, anfängliche Wochenspräche, Spräche zum Wochenende hin ausgekundert, haben wir ganz oft gehabt, ganz, 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 ganz geauf gehabt, in der Regel sind das Montage gewesen, die gut reingestartet sind, dann aber sehr schnell nachgelassen haben und in der Regel auch wieder komplett umgekippt sind und die Erwartungshaltung, wenn wir dich jetzt erstmal reinlegen, zeigt uns mehr, also positiver, dann ist doch gut, dann soll er mal oben raus was probieren, aber, ähm, das ist wie unten halt, ne, also kann auch einfach bloß wieder ein nächstes Fehlsignal werden, das sollte man schon ein bisschen mit einkalkulieren und dann nicht mit zu viel Überzeugung und so weiter rangehen. Okay, Freunde, ich mache damit jetzt hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Klingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. 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 Vielen Dank.